Ja, ich gratuliere Klinkern Elisabeth recht herzlich zum Sieg bei der Steirischen Landesmeisterschaft. Es gab ja nur ein Remis, alle anderen Partien hast du gewonnen. Wie siehst du jetzt im Nachhinein diese Meisterschaft? Ich finde die Meisterschaft war relativ gut. Ich habe auf Zurufen von der Andrea Schmidbauer das Angebot angenommen, dass ich mitspiele. Die Partien waren alle relativ gut. Eigentlich waren alle fünf Partien recht gut gespielt von allen beiden Seiten. Es war eher Schachspiel, Freunde, Treffen und Familie. Das war recht schön da. Was wird dein nächstes Turnier sein? Das nächste Turnier wird Vienna Open sein. Ich werde höchstwahrscheinlich das A-Turnier mitspielen und freue mich schon wieder auf die nächsten Partien. Gut, dann wünsche ich dir recht viel Erfolg und hoffe, dass es in diesem Sinne weitergeht. Danke für das Interview. Dankeschön. Danke.